Wir wollten nicht eine riesige Mercedes-Benz Wir wollten eine riesige Batterie machen. Jeder kann mit einer sehr großen Batterie 1000 Kilometer fahren. Aber das ist die erste Mal, dass wir etwas auf der Straße kreieren können und die Rekorde brechen. Und das auch noch auf der reellen Straße. Und um das zusammenzubringen, ist das, was wir den Sweet Spot nennen. Und der Sweet Spot ist der EQXX. Mercedes-Benz invented the car. Und jetzt, wir reinventen die car wieder. Die W125 von 1938 und die C111 in den early 70s. Diese waren die Projekte, wo unglaubliche Rekorde wurden aerodynamisch, speed-wise. Und das ist das Gefühl, das ist etwas, was du zurückkriegst. Ich hatte die große Chance, um eine neue Team zu entwickeln. Die Herausforderung, die wir uns selbst gegeben haben, war, zu bringen eine Formel 1-energie in einem Compact-Car-Segment. Denn diese Fahrt wird nicht nur eine Wissenschaft, sondern es ist eine Vision für ein 4-Dur-Limousine-Luxury-Mercedes-Benz-Produkt. Wir müssen wirklich alles auf der Fahrt questionen. Wir müssen die Efficität bis zum absoluten Limit. Ein von den commonen Themen, die uns wirklich auf unsere Weise aufgenommen haben, war die Natur. Die Idee ist, mit den Elementen zu arbeiten. Solarenergie, Wind und Gravitie für uns. Man kann es eine perfekte Synergie zwischen Natur, Menschen und Technik. Bevor man beginnt, eine Maschine zu bauen, die tausend Kilometer weit fahren kann, muss man ihr Gehirn bauen. Die Software erweckt ja den Vision EQXX zum Leben. Im SIL, im Software-in-the-Loop-System, haben wir den kompletten Triebstrang softwareseitig schon abgebildet. Das heißt, wir können virtuell im Computer schon die Fahrt vornehmen. Wir können sehen, funktioniert das Ladesystem, sprich die Batterie mit dem Antriebsstrang. Man kann durchaus sagen, dass das System ein Stück weit auch ein Teil unseres Teams ist. Der SIL kann simulieren, ob es gelingen kann. Ob es wirklich gelingen wird, ist die Kombination aus Software und Hardware. SIL fährt mit den Rahmenbedingungen, die wir ihm gesteckt haben. Und das kann sein, ich fahre mit Plattenreifen. Das kann sein, ich fahre bei strömendem Regen. Erreichen wir dann immer noch unser Ziel. Wir haben alles in unserer Power gemacht, um wirklich alle kleine Details zu checken und zu sicher, dass wir auf der richtigen Weg sind. Aber es gibt eine sehr dünne Linie zwischen Erfolg und Erfolg. Das wird sackeeng. Theoretisch sollte es möglich sein. Aber in Wahrheit, die EQXX noch nicht bewegt. Wir sind auf Kilometer Zero.